Ich kannte einen Typ, der hieß Hightech Sieh nach wie ein Hightech, heute steht bei Hightech Lokante ihn als Computer-Ausspieler, denn Hightech war Computer-Dealer Hightech, Hightech, er hat alles Hightech, Hightech, und ich kann nichts davon bezahlen Hightech, Hightech, zeig mal den Joystick Hightech, Hightech, ich will spielen mit Vollspeed Hightech, Hightech, für ein paar Megabyte RAM ließ ich Hightech, 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 ran, schweiß den Toro an Hightech, Hightech, Hightech Früher muss ich warten, beim Laden vor ein Kartake von Spiel ich Doom, bis zehn nach wie der Tag Ich will auch nichts mehr, Disketten tauschen, weil ich spiele jetzt Von hart ist glaub ich ab mit Voll Hightech, 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 das ist Hightech, Hightech Das ist Hightech, Hightech!